hallo ist martin für den mann hier ist das die dax analyse für montag den 29 7 2034 ja und unser dax kriegt jetzt die hauptaufgabe oben mal ein bisschen was wegzustimmen und abzureißen denn wir haben uns zum freitag ganz gut entwickelt wir hatten uns darauf vorbereitet dass er grundsätzlich ja noch die chance hätte hier in die nächsten erholungsziele reinzugehen also besonders eben diese 15 bis 45 hier hat man glaube ich gesagt also quasi in das zweite gäbe sollte noch ein arbeiten hatten gesagt sagen oder auch gerne ein bisschen zur seite sich irgendwie so rumeiern kann auch hier insbesondere 400 da einfach ein bisschen zur seite schieben kann und hinten raus dann im abend eben drücken kann dass es nicht gekommen könnte eben aber auch ein indiz dafür sein dass es jetzt zum mutter früh dann gleich kommt dass es direkt nachlegt unten hat man uns damit beschäftigt wie würde man umgehen wenn er weiter fällt ich habe gesagt mir würde das nicht besonders gut gefallen wenn er fällt sondern er sollte wirklich dann auch recht früh gleich schöne grüne stundenkerze und und rauf drehen und auf keinen fall irgendwie so unter 200 das wäre mir zu tief gewesen hätte ich gesagt oder hätte ich gedacht dass er dann weiter fällt hatten gesagt wir sollen uns aber auch nicht erschrecken wenn er über 230 240 reinkommt und sich dann eben wieder stabilisiert und das hat er getan ja also es ist reingekommen und von daher eigentlich schön im positiven szenario gelaufen also eigentlich fast fast genauso mit dem einen ding dass hier oben das ziel verfehlt wurde weil eben diese ausgeprägte seitwärtsphase ein bisschen gefehlt hat und er eigentlich schon relativ konstant versucht hat durchzudrücken dadurch hat hinten raus einfach der schmack ist gefehlt aber das ist okay das kann er zum montag machen und das wird jetzt für den montag auch die hauptaufgabe diesen start dann zu stellen weil ich kann mir schon vorstellen dass wir zum start hier in die 45 rein rein schlagen können 15 45 das würde dahin kriegen bis keine ahnung dann 30 das zeug hätte schon und dann darf er sich da halt nicht das genick brechen damit das hier ein schönes v bleibt hat das sollte schon probieren aufrecht zu erhalten wenn er sich aber hier das genick bricht und so tief zurückkommen dann wird es schwieriger also das einfachste wäre hier oben rein springen schön zur seite liegen bleiben und dann eben nach 10 nach 39 dann weiter hochs nachlegen und dann hätte er durchaus das potenzial bis an die kante oben anzukommen die gucken wir uns gerne auch noch mal einen tag es schaut an die ist nämlich ganz 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 wichtig nämlich die abwärtstrendkante da hat man schon mal über eine ausbruchsmöglichkeit gesprochen um sich aus dem pattern hier grundsätzlich auch mal rauszulösen wird nun kreuzwiderstand hier im bereich um knapp 6 70 rum die linie ist gefallen drei kontakte haben auf der oberseite schon sollte man dann beim vierten jetzt deutlich kritischer sein weil der eben vermutlich schon durchgehen kann oder was heißt kritischer sein aber ein bisschen aufmerksamer sollte man sein weil sich dann vermutlich auch das bewegungsverhalten ändern kann also wenn er da durchkommt wird das sehr interessant und das jetzt so ein bisschen die hauptaufgabe für den montag den kanal da oben vielleicht zu erreichen und eben sich hier mit diesem gap close auseinanderzusetzen der noch da ist das wären so die positiven szenarien nicht gefallen würde mir wenn er vom gap close dann zu hart zurückkommt auch ich sag mal wenn er jetzt bloß 15 wir spielen ein effektives szenario durch er spielt springt hoch 15 45 lässt sich von dort fallen auf die 470 macht das gäbe zum freiteil zu dank dann direkt wieder ist okay dann hat er noch das potenzial weiter hoch zu kommen die 600 670 reinzukommen aber sollte die tiefer fallen und auch so unter 420 also das wird mir nicht gefallen auch auch wenn er direkt nach unten startet halt und unter 420 aber das wäre mir ein bisschen zu wurschtig dann würde ich eher denken dass wir noch mal 380 360 anlaufen und wenn das auch nicht hält dann geht es auch schon wieder über 335 330 sind wir dann hier unten wäre das bloß eine dreiwellige erholung dann müssen wir noch weiter nach unten aufziehen und dann reden wir ganz schnell wieder unter 18150 und dann merkt ihr mit jedem baustein der da nach unten fällt macht man sich dann nach unten mehr risikofrei und von daher würde ich es ähnlich handhaben wie wir es die letzten tage gehandhabt haben dass wir hier wieder eine kante festlegen jetzt auch für den freitag war die unter 200 haben gesagt wenn er das wenn er nicht unter 200 fällt dann kriegt sich über 280 zu 300 gedrückt dann hat das potenzial nach oben zu gehen das hat ja geklappt und hier wäre das für mich eigentlich so wirklich diese 420 also unter 420 wäre ich eher mehr im risiko ja dass man sagt okay man guckt vielleicht richtung 380 360 hält das nicht kriegt man dann 335 300 hält auch das nicht kommen schon fast über 18150 reden und kriegt er sich drüber gedrückt und bleibt über 460 oder warte mal was das hier naja muss man schon fast sagen hier die zu hoch halt ne die geb kannte 475 aber ich würde schon sagen über 460 räume ich ihm eher die chance ein das geb zu schließen und auch wenn er sich da dumm anstellt aber trotzdem über 460 bleibt räume ich ihm auch ein die 600 und die 670 zu machen das wäre dann hauptaufgabe für den tag die 670 noch mal vorzulegen ja also den bereich muss er meistern dann die 670 vorlegen und dann können wir am dienstag vielleicht mal in ausbruch gehen das wäre das positives szenario negativ wäre weil nun auf 420 zurückgehen auf 360 fallen auf 335 wahrscheinlich schon auf 1 50 und dann reden wir über andere ziele am dienstag ja das ist es eigentlich schon irgendwas vergessen nö das ist es das sind so die gedanken die ich habe also wie gesagt hier 20 tonner kritisch über 460 eher noch potenzial wichtigen punkte sind eben 45 die 600 die 670 eigentlich schön schön schönes klares bild ja macht was draus viel erfolg gutes ging wir uns morgen wieder bis dahin tschüss